Hier finden Sie Tipps, wie Sie den täglichen Ablauf in Ihrem Arbeitsleben für Sie und Ihren Arbeitgeber zufriedenstellend gestalten können. Der Alltag in einem beruflichen Beschäftigungsverhältnis läuft, wie der Name schon sagt, meist sehr ähnlich und gleich ab. Sie kommen zur Arbeit, erfüllen die an Sie gestellten Aufgaben, gehen nach Feierabend nach Hause und am Ende des Monats erhalten Sie Ihr Gehalt. Aber dieses Alltägliche und gefühlt immer Gleiche hat durchaus Gefahren oder zumindest gibt es grundsätzliche Dinge, die Sie berücksichtigen sollten. Besonders bei sehr monotonen Arbeiten oder sehr einseitigen Belastungen zum Beispiel durch konstantes Sitzen oder Stehen, konstantes Schauen auf einen Monitor etc. sollten Sie sich und Ihrem Körper regelmäßige Pausen gönnen. Pausenzeiten für Mitarbeiter sind hierzulande gesetzlich vorgeschrieben und sollten Ihnen als Teil des Arbeitsvertrages bei der Einstellung mitgeteilt werden. Egal wie stressig der Arbeitsalltag ist, achten Sie immer darauf, für sich selber einen entsprechenden Ausgleich zu schaffen. Ein Großteil der heutzutage diagnostizierten nervlichen Erkrankungen ist auf Stress oder Überlastung im beruflichen Umfeld zurückzuführen. Selbst wenn Ihnen Ihre Arbeit sehr viel Spaß macht und Sie mit Ihren Kollegen ein lockeres, fast schon freundschaftliches Verhältnis haben, es bleibt dennoch ein Arbeitsverhältnis. Sie sind in erster Linie angestellt worden, um die Ihnen aufgetragenen Arbeiten zu erfüllen. Dies sollte sich auch immer im Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten und Kunden widerspiegeln. Eine angenehme Arbeitsstelle mit entsprechend guter Entlohnung zu finden, kann durchaus ein Glücksfall sein. Besonders Menschen, die noch nicht lange in Arbeitsverhältnissen sind oder längere Zeit ohne Arbeit waren, neigen mitunter dazu und werden hier leider von manchen Arbeitgebern unangemessen behandelt. Grundsätzlich sollten Sie es im alltäglichen Arbeiten so sehen, dass eine Arbeitsstelle immer ein Geben und Nehmen zwischen Ihnen und dem Arbeitgeber darstellt. Alles sollte möglichst treibungslos und ohne Probleme für Sie und Ihren Arbeitgeber funktionieren.